Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie der Regen ins Körbeforum geführt hat. Herzlich willkommen heute Abend in der Reihe vom Erben. Herzlich willkommen, gemeinsam angeboten vor einem sehr bewährten Gespann, NDR Info und Körperstiftung. Mein Name ist Karin Heist, ich leite hier im Haus den Bereich Gesellschaft und möchte ganz herzlich natürlich auch unsere Podiumsgäste begrüßen. Wie gut, dass Sie da sind. Melanie Kirschstein, Pastorin in Altona, Bernd Paulowicz, Welterbekoordinator in Hamburg, Hans Wisskirchen von der Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck und natürlich Verena Gonsch von NDR Info. Ein kundiges Podium, Sie hören es schon, für das Thema, das über diesem Abend steht, unser kulturelles Erbe. Was ist das eigentlich, unser kulturelles Erbe? Sprache, Dichtung, Musik, Architektur? Oder geht es um Brauchtum, Feste, Traditionen, Werte? Oder möchte ich als Vertreterin süddeutschen Kulturraumes hier anfügen, geht es vielleicht auch um unsere kulinarischen Wurzeln, die uns prägen, die wir gerne vererben? Und wenn wir schon bei regionalen Besonderheiten sind, auf welche Gesamtheit bezieht sich eigentlich kulturelles Erbe? Ist es immer Deutschland? Sind es unsere Bundesländer? Geht es hier um den plattdeutschen Sprachraum oder um eine städtische Heimat wie Hamburg? Und was ist mit den kulturellen Wurzeln derer, die diesem Land als Zugewanderte, die hier als Zugewanderte leben? Ist das auch, ist deren Geschichte, ist deren Kultur Teil unseres kulturellen Erbes? Und ab wann sind Menschen mit Zuwanderungsgeschichte eigentlich erbberechtigt für die Kultur der Mehrheit? Und als wäre das nicht schon komplex genug, fragen wir heute auch noch, was uns unser kulturelles Erbe wert ist, was bewahren wir und warum und warum nicht? Wir haben heute unter anderem, ich sagte es, den Hamburger Welterbe-Koordinator zu Gast und welcher Stolz, welche Aufmerksamkeit verbindet sich mit der Auszeichnung unserer Speicherstadt, unseres Konturhausviertels zum Welterbe 2015. Als ich Ende der 80er Jahre nach Hamburg kam, war das noch nicht wirklich absehbar. Da hatten viele Hamburger das Interesse an ihrer Speicherstadt gänzlich verloren. Die Quartiersleute waren allesamt im Ausziehen begriffen, suchten sich moderne Flachlager und die alten Speicher waren gerade noch interessant für den Orient-Teppichhandel. Viel Zukunft sah da, glaube ich, niemand drin. Was als kulturelles Erbe geschätzt wird, unterliegt also mindestens auch Moden und Zeitströmungen und braucht manchmal aktive Interventionen zu besichtigen, ebenfalls in unserer Nachbarschaft, ein paar hundert Meter hier links, wo vor circa 15 Jahren die Baubehörde unserer manchmal auch freien und Abrissstadt Hamburg genannten Heimatstadt einen weiteren alten Speicher nur allzu gern für ein Bürohaus opfern und abreißen wollte. Es kam dann doch ganz anders. Ich spreche natürlich vom Kreispeicher A und von der Elbphilharmonie. Und die Elbphilharmonie, gerade noch Zukunftsvision, ist die jetzt so vom Start weg eigentlich schon kulturelles Erbe, nicht mehr wegzudenken. Ich stelle jetzt das Fragen ein, denn wir können gleich Antworten hören. Hier sitzen großartige Experten, die ich erwähnt habe, die ich aber auch noch ausführlicher vorstellen möchte. Bernd Paulowicz ist Historiker und Politikwissenschaftler und betreut seit Juli 2016 als Welterbekoordinator die Hamburger Welterbestätte. Er arbeitete davor bereits beim UNESCO-Welterbezentrum in Paris, war Manager im Bereich des Kultur- und Naturerbes, unter anderem für die deutsche und rumänische Regierung. Schön, dass Sie da sind. Herr Paulowicz. Sie werden die Herrschaften auch gleich zu Gesicht bekommen. Prof. Dr. Hans Wisskirchen ist seit 2001 Direktor der Kulturstiftung Hansestadt-Lübeck, die für die Leitung aller städtischen Museen zuständig ist. Der studierte Philosoph und Germanist wurde außerdem zum Honorarprofessor für neuere deutsche Literatur an der Universität Lübeck ernannt und ist Präsident der deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft. Mehr kulturelles Erbe geht gar nicht. Herzlich willkommen. Nicht begrüßen kann ich an dieser Stelle leider Petra Bahr. Uns erreichte heute früh eine Mail von Frau Bahr, dass sie aus Krankheitsgründen nicht kommen kann. Das hat dazu geführt, dass mein Kollege Jochen Sucken den Vormittag am Telefon verbracht hat. Um die Mittagszeit hat er die Pastorin Melanie Kirschstein erreicht. Das war an sich schon ein, glaube ich, schönes Gespräch, was Sie hatten. Aber die noch viel bessere Nachricht ist, dass Sie sofort bereit waren, heute Abend hier kurzfristig einzuspringen. Deshalb begrüße ich ganz besonders herzlich Frau Pastorin Kirschstein. Sie kriegen den Applaus vor der Vorstellung. Sie sind ganz neu, nicht Pastorin in Hamburg, als solches nicht neu, aber neu als Pastorin in der Gemeinde Altona-Ost, schwerpunktmäßig in der Kirche der Stille dort. Das Pastorinnen-Dasein war für Sie eine eher späte Entscheidung, habe ich gehört. Nach einem Studium der Theologie waren Sie zunächst als Journalistin tätig, dann aber auch sehr lange schon auf einer Pfarrstelle in Hamburg. Also ein besonders dankbares Willkommen noch einmal für diese sehr rasche Entscheidung. Ebenso herzlich begrüßen möchte ich natürlich Verena Gonsch, Gesicht und Moderatorin dieser Veranstaltungsreihe, Redakteurin bei NDR Info. Das ist der Radiosender, den Sie im Norden hören wollen, wenn Sie rund um die Uhr gut informiert und gute Veranstaltungen hören wollen. Ich darf es zur unverhohlen Werbung machen. Ich arbeite für keinen Präsidenten, verkaufe Ihnen hier nichts anderes, außer dass ich persönlich einfach gern diesen Sender höre. Das wissen die Kolleginnen von NDR Info, dass ich mir immer wieder als Fan oute. Und ich darf vor allem werben natürlich für die Sendung zu diesem Abend. Wir werden heute Abend ja aufnehmen, schon morgen Abend im Forum, 20.30 Uhr. Können Sie das alles noch einmal erleben, aber natürlich sind Sie vorweg schon live dabei heute Abend. Ich überlasse Ihnen jetzt das Körperforum und ob dieser Raum hier irgendwann zu unserem kulturellen Erbe zählt, das dürfen Sie selber entscheiden. Heute Abend wünsche Ihnen aber erstmal einen vergnüglichen Abend und überlasse das Podium jetzt Frau Gonsch und Ihren Gästen. Uns allen einen guten Abend. Danke. Ja, herzlich willkommen. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie bei diesem Wetter gekommen sind, trotz Grippewelle und dieses fürchterlichen Regens und Sturms. Wir hatten letzte Woche schon eine sehr lebhafte Debatte. Da ging es ums Geld. Ich glaube, das Thema Kultur ist nicht ganz so emotional belegt, aber vielleicht doch. Vielleicht kann ich mich auch täuschen. Wir wollen gleich in die Diskussion einsteigen. Ich will nur noch was zum Ablauf des Abends sagen. Also wir haben ungefähr bis halb neun zusammen. Danach sind Sie herzlich noch zu einem Glas Wein, Glas Wasser oder einem Bier eingeladen. Und ich mache es gerne so, dass wir erst hier eine knappe Stunde auf dem Podium diskutieren und Sie dann gerne einsteigen in die Diskussion. Also wenn Sie Fragen haben, etwas dazu beitragen wollen, bewahren Sie Ihre Frage im Hinterkopf. Sie kommt sicherlich dran. Ich steige mal bei Ihnen ein. Frau Kirchstein, erst noch mal ganz herzlichen Dank, dass Sie heute so kurzfristig eingesprungen sind. Das war wirklich toll. Auch für mich recht überraschend. Ja, aber umso besser. Wenn ich Ihnen sagen würde, kulturelles Erbe, was ist das für Sie so ganz aus dem Bauch heraus? Was verbirgt sich bei Ihnen hinter dem Begriff kulturelles Erbe? Also als Pastorin die Frage, haben wir als Kirche kulturelles Erbe, was wir bewahren, was wir verarmen, würde ich sagen, also ganz deutlich wird es mir, wenn wir, was ja vorkommt im Moment, auch überlegen, wo wir mal Kirchen schließen müssen oder wo aus bautechnischen Gründen auch eine Kirche abgerissen werden muss. Dann wird so deutlich, wie viele Menschen ihr Herz daran hängen, die vielleicht noch nicht mal in diese Kirche gegangen sind, aber in dem Moment, wo die Kirche dann weg soll, da wird plötzlich deutlich, was sie eigentlich für einen Wert an Orientierung an offensichtlich Raum für etwas, was den Menschen viel wert ist, bedeutet. Also obwohl die Mitgliederzahlen schwinden bei den Kirchen, würden Sie sagen, wir haben schon auch so ein christlich-religiöses, kulturelles Erbe, was wir mit uns, was in uns ist, was uns wichtig ist? Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich meine, man muss ja sagen, wir haben immer noch 47 Millionen Deutsche, die christlich, kirchlich geprägt sind, evangelisch und katholisch. Das sind 57 Prozent aller Deutschen, also sind noch kirchlich eingebunden. Auch bei schwindenden Zahlen, muss man ja sagen, es sind immer noch ganz, ganz viele Menschen, und auch von denen, die nicht mehr dabei sind, sehe ich, dass viele zum Beispiel ihre Kinder wieder taufen, ihre Kinder wieder konfirmieren lassen wollen, also offensichtlich ein Bewusstsein dafür da ist, dass Kirche ein Raum ist, in dem etwas Wertvolles bewahrt wird, etwas, was Menschen auch wieder suchen. Ich würde sagen, etwas zwischen ein Ort für Erinnerung, ein Ort für Hoffnung, ein Ort auch für Trauer, für Gedächtnis, für Begleitung des persönlichen Lebensweges, aber auch Gemeinschaft. Wir merken ganz stark, dass Menschen Gemeinschaft suchen in den Teilen und sowas wie ein Hoffnungsgeist in schwierigen Zeiten, also gerade in Krisen wird es deutlicher, dass Menschen wieder beten, würde ich mal so sagen. Und ich glaube, dass wir solche Orte bewahren und dass es darum geht, sie lebendig zu bewahren, sodass sie eben nicht nur museal, kann man vielleicht auf diesem Podium nicht sagen, aber Ich glaube, da würden sich die Herren erwehren. Dass sie nicht nur leere Formen bewahren, sondern auch den Geist, der da drin steckt. Sie werden ja dann auch in der Kirche der Stille arbeiten. Also das ist ja nicht nur das Thema, was Sie gesagt haben, Rituale, sondern auch so eine Form von spiritueller Sehnsucht. Würden Sie sagen, das ist auch was, was zum kulturellen Erbe dazugehört? Also Gefühle, Heimat, sich zu Hause zu fühlen? Spiritualität hat etwas mit Geist zu tun. Bestgeistes Kind sind wir, da sind wir dann schon gleich wieder bei der Kultur. Ist ja nicht nur irgendwie ein harmonischer Geist und wir sind jetzt mal ein bisschen schön religiös, sondern das ist ein bestimmter Geist, den wir pflegen, der aus einer bestimmten Tradition der jüdisch-christlichen kommt, die unsere Kultur geprägt hat und die mit Werten wie Gerechtigkeit, Solidarität, Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe, Feindesliebe und 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 verbunden ist. Und ich spüre, dass Menschen sowas wie Räume brauchen, sich zu erinnern, also wieder in ihr Inneres zu bekommen, was das eigentlich bedeutet und auch Orte, an denen sie sich engagieren können. Also gerade jetzt die Flüchtlingskrise, wenn ich das so sagen darf, hat ja gezeigt, wie viele Menschen auch in den christlichen Kirchen ad hoc wahnsinnig viel tun. Also da sind solche Räume, wo dann Menschen wirklich auch Möglichkeit haben, sich zu engagieren. Ein Raum, den Sie verwalten, Herr Professor Wisskirchen, ist das Gedenken an Thomas Mann. Und Sie haben ja erzählt, die Bundesregierung hat jetzt mit dieses Haus gekauft in Kalifornien, wo Thomas Mann zehn Jahre gelebt hat. Was ist daran bewahrenswert? Wie würden Sie jemandem erklären, warum es wichtig ist, viele Millionen Euro auszugeben für ein Haus in den USA, in dem Thomas Mann gelebt hat? Das fällt momentan leider relativ leicht, muss man sagen. Es gab durchaus Debatten auch unter denen, die damit zu tun hatten, ob es wirklich, man muss sagen, es sind 15 Millionen Euro gewesen circa. Und dieses Pacific Palisades, wo das Haus liegt, das ist ein Nobelvorort von Los Angeles, wo die großen Schauspieler und drei Häuser, drei Straßen höher, unter anderem Armin Müller-Stahl etwa, aber auch viele amerikanische Schauspieler wohnen. Also muss man das wirklich jetzt tun? Wir haben doch hier genug zu tun. Das Bundenburghaus wird auch erweitert, erneuert, es braucht auch Geld. Aber wenn man da genauer hinschaut, dann ist das ein Ort gewesen, in dem Thomas Mann von 1940 bis 1952 gelebt hat, gearbeitet hat. Er hat Unmengen von Menschen dort getroffen, die nicht nur Schriftsteller waren, es waren Musiker, es waren Philosophen, Schönberg, Adorno, Brecht, viele Politiker und andere auch. Und er hat sich gekümmert in dieser Zeit, ist amerikanischer Staatsbürger gewesen, um den Kampf gegen Hitler, um die Amerikaner davon zu überzeugen, dass sie sich einsetzen müssen, um dieses Unrechtsregime zu beseitigen, was erst schwierig war, weil die Amerikaner damals sagten, was haben wir damit zu tun? Also er ist wirklich durch die USA gereist und er ist dann, und das ist jetzt sehr aktuell und tragisch, fast 52 als fast 80-Jähriger dann doch wieder zurück nach Europa gegangen. Er hat gesagt, ich will doch in europäischer Erde begraben werden, ist von McCarthy kontrolliert worden, und er ist als kommunistennahe Autor verdächtigt worden. Es gab diesen Rechtsruck in den USA, nachdem Roosevelt gestorben war. Da war er dreimal im Weißen Haus gewesen, das war sein Präsident. Und er hat gesagt, das ist nicht mehr das Amerika und hat durchaus auch dann als amerikanischer Staatsbürger Kritik an dem Isolationismus, dem Nationalismus und all den Tendenzen geübt damals. Er hat sehr viele Texte darüber geschrieben und da brauchen Sie im Grunde leider nur einige Worte austauschen und sie würden heute noch passen auch wieder. Das heißt, der Ort soll, und das haben die ersten Gespräche auch ergeben, ein Ort sein, in dem auf höchstem Niveau europäische Intellektuelle, es können nie mehr als vier oder fünf gleichzeitig dort leben und arbeiten, mit amerikanischen Intellektuellen eben einen transatlantischen Dialog führen. Und ich halte das heute für absolut notwendig, jenseits aller politischen und sonstigen pragmatischen Fragen, wirklich im Geiste Thomas Manns meint, in einem Geist, der eben wirklich von diesen ganz traditionellen Werten, die immer wieder neu erkämpft werden müssen. Das ist beim Erbe, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wenn wir von Humanität, Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit und solchen Dingen reden, dann hört sich das erst mal sehr abstrakt und heer an. Aber man muss es immer wieder, und das ist bei Erbe, glaube ich, ganz wichtig, wir haben etwas ererbt, das ist alt, wir haben es bekommen. Aber entscheidend ist, es muss immer wieder in der aktuellen Gegenwart neu im Grunde gesichert werden. Auch das ist ein entscheidender Punkt und das wird dieses Haus dann jetzt hoffentlich tun können. Und das ist, glaube ich, bei Erbe ganz entscheidend, es nicht als etwas Selbstverständliches zu nehmen, was einfach, weil es alt und ehrwürdig ist, auf uns überkommen ist und was wir schätzen, alles richtig, sondern was eben in der Gegenwart, in den aktuellen Debatten, in der sich ändernden Situation immer wieder neu bewertet, angeschaut und wertgeschätzt werden muss. Da sind wahrscheinlich alle über 50 mit Ihnen völlig d'accord. Die Frage ist, jenseits des der FAZ-Leser oder des Bildungsbürgertums, wenn Sie einem 20-Jährigen erzählen wollten, was er jetzt mit diesem Haus oder was das eigentlich bedeutet und warum es eine quasi deutsche Gedenkstätte ja auch ist, was würden Sie dem denn sagen? Also ich bin da optimistischer. Also es ist sicher so, dass Kultur, ich weiß nicht, wie es bei Kirche ist, Museen, ist es so, da gibt es ja Untersuchungen, machen wir ja alles heutzutage. Es ist eben das sogenannte Ü50-Publikum schon, was hauptsächlich in die Museen geht. Das hat aber viele Gründe. Man hat dann einfach mehr Zeit und so weiter. Aber es gibt doch auch viele junge Leute, die in die Museen gehen. Ich erzähle immer eine Geschichte gerne, die mir mal zugestoßen ist, die das ganz gut fasst. Es gibt ja wie in Hamburg auch in Lübeck die Museumsnacht. Das ist eine Nacht, wo eben ganz viele in die Museen gehen, auch viele junge Leute. Weil da Party ist, Musik ist, es ist einfach eine andere Atmosphäre als sonst in den Museen. Und Sie erzählten es ja, es sind immerhin zehn städtische Museen in Lübeck, die unter meiner Leitung zusammengebracht sind, alle auf der Altstadt. Also eine meiner Aufgaben, die ich auch für absolut sinnvoll halte, ist, dass ich dann einmal in der Nacht dann überall mal schauen gehe. Und dann setzt man sich manchmal so hin. So ging es mir auch in unserem ehrwürdigen St. Annen-Museum, wo die große mittelalterliche Kunst Lübecks ist, als Lübeck-Weltstadt war. Und dann saß ich da und plötzlich kam ein Punk um die Ecke und winkte drei andere ran und sagte, guckt euch mal das geile Zeug hier an. Und ich war der Einzige da und ging in diesen Raum, wo die Altäre standen und die standen da, hatten sie wahrscheinlich ihr Leben noch nie gesehen. Aber dass das etwas Besonderes ist, dass das etwas ist, was man normalerweise nicht sieht und dass da irgendwie was von ausgeht, im Beruf der Aura, die haben sich dann alles angeschaut, die Texte und so, die waren davon beeindruckt und sind dann weitergezogen. Also damit will ich sagen, jenseits aller Computertechnik, die wichtig ist, die Originale haben doch noch die Möglichkeit, die jungen Leute zu begeistern. Wir müssen uns nur Formen einfallen lassen, die jungen Menschen heranzuführen, entsprechende Geschichten erzählen, Möglichkeiten schaffen. Ist schwierig, ist nicht leicht, aber ist nicht aussichtslos. Da kommen wir noch zu, beziehungsweise Herr Paulowicz ist ja eigentlich der Vertreter für das, wie haben Sie das schön genannt, lebendiges Erbe. Also Sie haben ja lange in Paris gelebt, wir haben es eben schon gehört, verwalten jetzt in Hamburg das Weltkulturerbe, sitzen im Denkmalschutzamt als Österreicher und ich sage jetzt mal Wahlfranzose. Was ist für Sie deutsches kulturelles Erbe? Wie würden Sie das, jetzt sagen Sie nicht Weißwurst oder so, aber was würden Sie jetzt sagen, was ist so das Prägende, was Sie sagen würden, was unser Erbe, unsere Kultur zusammenhält? Also ich finde es ganz schwierig, von deutschem Erbe als solches zu sprechen. Ich finde auch diese Reduzierung auf Nationen ist ja beim Kulturerbegriff schon etwas Problematisches und gerade in der deutschen Geschichte etwas Problematisches. Insofern ist vielleicht gerade die Heterogenität oder das feudale System, föderale System in Deutschland. Feudal ist auch gut. Föderal, föderal System in Deutschland. Kommen wir vielleicht noch hin. Das Spannende und deswegen, also jetzt für mich nach Hamburg kommend, war spannend eben zu lernen, wie wichtig Bürgerschaft, Hafen, Meer, Maritim ist. Und das sehen wir jetzt auch an der Diskussion um das Museum, das entstehen soll. Wie wichtig solche Sachen auch noch immer in Hamburg sind und dass man die auch vermitteln muss. Insofern würde ich das eher auf, sogar in Deutschland auf Länderebene runterbrechen mit dem Erbe, wenn ich für, also weil es einfach eine sehr kurze nationale Geschichte erst gibt und auch die Berührungspunkte natürlich auch als Österreicher, also ist es Habsburger Monarchie, was ist Österreich? Ist ja auch nur ein Reststaat, also was ist da das gemeinsame Erbe? Das sieht Westösterreich, Ostösterreich anders und das ist hier auch so. Ich denke, verbindende Elemente in Deutschland, wenn ich die letzten Jahre sehe, ist es für mich auch in der Außenwahrnehmung zum Beispiel der Fußball gewesen und das ist auch Kultur, Alltagsfreizeitkultur, das ist auch Kultur, die wichtig ist und die man auch vermitteln muss und das Erbe. Und jetzt zum Erbe eben auch, für das ich verantwortlich bin, da kommt es ja in Hamburg ganz stark rüber, dass die Bürgerschaft, das Erbe dieser Bürgerschaft und des Maritimen ist ja genau das Erbe, das ich betreuen darf, das ich mit koordinieren darf, sind diese Konterhäuser und die Speicher und das ist der Ausdruck davon. Sagen Sie nochmal als Denkmalschützer, was würden Sie denn sagen, außer denen, die Sie jetzt betreuen, da kommen wir gleich mal zu, welche Bauwerke sind für unsere Kultur besonders prägend? Sie haben ja zum Beispiel Fußballplatz, wäre das auch was? Ja, klar, Stadien, das kommt sicher. Also das wird sicher noch kommen, dass wir diese Sachen betrachten, das Maracaner Stadion in Rio de Janeiro, das verfällt, wird sicher irgendwann ein Thema werden, wie erhalten wir das. Die Stühle werden gestohlen und das ist trotzdem für die Fußballgeschichte jetzt ein wichtiger, also für diese Kultur eine wichtige... Und in Deutschland wäre das dann in München FC Bayern oder gäbe es da noch was anderes? Nein, aber ich finde genau, das ist jetzt genau was Wichtiges, worüber wir sprechen, weil also jetzt Denkmäler sind nicht nur schön und ästhetisch, das was wir schön und ästhetisch wahrnehmen, sondern eben auch, es ist sehr vielschichtig. Es können Landschaften sein, das alte Land gegenüber die Eindeichungen, das ist vielleicht nicht so bewusst, aber das ist auch ein kulturelles Erbe, dass die Holländer diese Landschaft im alten Land eingedeicht haben und dass wir dort, die Längenmaße, die dort in der Landschaft existieren, sind die gleichen wie in Holland. In Holland sind sie schon verloren gegangen, dort wurden die Land alles neu vermessen, aber im alten Land existieren diese Gremien noch, genau wie im 13. Jahrhundert in Holland. Und solche Sachen sind natürlich, das lesbar machen, das ist wahnsinnig spannend und das ist Erbe. Also was sind so Erbe? Sind Alltagskultur, Industriekultur, in Hamburg sehr stark eben die Bürgerkultur, also nicht nur das Schöne und manchmal muss man auch eben auch sehr viel erklären dazu und das ist jetzt Denkmalvermittlung. Das wurde ja auch schon angesprochen, wie versuchen wir das zu vermitteln, so Erbe? Und das gerade machen wir jetzt auch so neue Projekte, wo wir versuchen eben mit, um jüngeres Publikum anzusprechen, sehr viel mit digitalen Vermittlungen. Kommen wir gleich dazu. Ich wollte Sie nochmal fragen, viele wissen das glaube ich gar nicht, ihr wusstet es vorher auch nicht. Sie sind ja jetzt Weltkulturerbe, wie nennt man das? Welterbe-Koordinator. Koordinator, genau, Koordinator. Sie kriegen, also dieser Titel Weltkulturerbe ist ja nicht mit Geld verbunden, das war mir zum Beispiel gar nicht klar. Also Hamburg muss das sozusagen, muss Sie bezahlen, nicht? Ja, bezahlen. Also das Denkmal wird ja erhalten. Also an sich ist der Eigentümer ja für die Erhaltung des Denkmals verantwortlich, insofern wird das Denkmal erhalten. Also für die Welterbe-Konvention jetzt nur prinzipiell vielleicht ein großes Miss... Also oft wird das gesehen als noch eine Schutzkonvention, die darüber gestülpt wird. Das ist ja nicht der Fall. Die Welterbe-Konvention anerkennt, dass das Land, also bei vielen Ländern sind es natürlich die staatlichen Gesetze, aber in Deutschland wieder föderal organisiert ist es Hamburg, dass es eben das Landesgesetz ausreichend schützt, das Kulturerbe, das wir hier vor Ort finden. Also das Denkmalschutzgesetz jetzt für das kulturelle Erbe. Wir haben ja auch ein Naturerbe in Hamburg, das Wattenmeer. Aber für das Kulturerbe ist also das ausreichend geschützt. Das ist die Anerkennung, wird nur der außergewöhnliche universelle Wert für die ganze Weltgemeinschaft, dass eben diese Speicherstadt und das Konterhausviertel eine Bedeutung für die gesamte Menschheit haben. Und das Schielehaus, oder ist das für Sie da mit drin? Doch, das Konterhausviertel ist ja Teil des Schielehauses, eines der acht Konterhäuser, die dort geschützt sind. Und wie würden Sie das jemandem, einem Amerikaner oder einem Franzosen erklären, warum ist das so fürchterlich wichtig? Also fürchterlich wichtig ist, also auf der einen Seite, wir haben hier ein revolutionäres, im 19. Jahrhundert erbautes, monofunktionales Speicherkomplex. Das war damals der größte Hafenzusammenhänge, der Hafenspeicher, den es gab. Insofern ist das ein Wert in der Menschheitsgeschichte, wo wir sagen, das ist wichtig. Und für die Konterhäuser ist es ähnlich. Da kommt noch sehr stark, also das sind große Bürokomplexe, also beim Schielehaus, glaube ich, sind es 36.000 Quadratmeter Porto-Nutzfläche, die zur Verfügung stehen. Der Sprengenhof ist noch größer, also diese ganz großen monofunktionalen Bürogebäude, keine Wohnungen, nur Büros, die auch als Mietbüros in den 20er Jahren schon angelegt waren, was ganz außergewöhnlich war. Mit flexiblen Innenarchitektur, dass man auch größere, kleinere Büros einrichten konnte, das war damals ganz modern. Sonst hatte man davor eher sehr statische Büroräume gebaut und eigentlich nur für die eigene Firma. Und das waren eben große Mietbüros. Und dass das heute auch noch so verwendet wird, macht es eben zu einem Erbe, das wir für die gesamte Menschheit erhalten wollen. Aber wenn ich da für diesen Titel Weltkulturerbe ja gar kein Geld bekomme, dann bewerben sich ja eigentlich nur die, die sich auch diesen Schutz leisten können, oder? Also ich habe eine Auswahl von Weltkulturerbe eigentlich von Städten von industrialisierten oder vermögenden Ländern und kein richtiges Abbild von, also ich habe eigentlich Elite-Weltkulturerbe, oder? Also ist nicht der Fall und schon der Fall. Okay, erstmal nicht der Fall. Also heute sind es 1052, glaube ich, Welterbestätten, die auf der Welterbeliste stehen, Kultur- und Naturerbestätten und gemischte Städten. Davon befindet sich ein Großteil in Europa. Das hat damit zu tun, dass sich die industrialisierten Länder natürlich diese Nominierungen leisten können, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat es auch dazu zu tun, dass die Konvention natürlich klassisch in Westeuropa und in Amerika entwickelt wurde und dass wir hier die meisten auch jetzt in dem Kulturverständnis, als wo wir immer sehen, ja, das ist ganz klar, das muss die Statue of Liberty, muss ein Welterbe sein, der Eiffelturm muss so ein Erbe sein, dass wir Gemeinschaft bewahren. Diese Dinge werden ausgezeichnet. Aber wir haben auch Erbe in Afrika, die geschützt werden. Und eigentlich kommt die Welterbe-Konvention von so einem Projekt. Es wurde der Assur im Staudamm gebaut und die Tempel von Abu Simbel sollten überflutet werden. Und da kam dieser Aufschrei. Man muss dieses Erbe, das wir alle gemeinsam sehen, wo wir alle gemeinsam dieses Verständnis haben. Das ist etwas Wichtiges, das wir für uns alle gemeinsam zu erhalten haben. Das wollen wir bewahren und das wollen wir der Staatengemeinschaft übergeben. Damals wurde das in einer großen Rettungsaktion, wurde der Tempel höher gelegt und gerettet. Und daraus ist die Welterbe-Konvention entstanden. Das heißt, es ist schon so eines, dass sich alle um das gemeinsame Erbe auch von denen kümmern, die sie es sich nicht leisten können. Es gibt für, wir machen ja für Syrien auch ganz große Aktionen vorbereitend jetzt schon, was nach dem Krieg passieren soll und wie wir mit dem Erbe umgehen, auch, dass es digitalisiert wird. Genau, dass es digitalisiert wird und dass man dann eben auch dieses Erbe für alle anderen erhält. Also es ist nicht nur in den industrialisierten Ländern oder die es sich leisten können. Es ist natürlich vornehmlich so, dazu hat die UNESCO eine Strategie entwickelt, um dagegen vorzugehen. Und man versucht, die Nominierungen der Industrieländer zu beschränken und die Nominierungen der Länder zu fördern, die eben noch kein Erbe oder wenig Erbe auf dieser Liste unseres gemeinsamen Erbes für die Menschheit besitzen. Da wollen Sie gar nicht so weit gehen, weil die Frage ist, ist es etwas, was man nur nehmen kann, wenn man sehr reich ist. Wenn Sie nur nach Lübeck gucken, Lübeck ist ja dieses Jahr 30 Jahre Weltkulturerbe und die gesamte Altstadt. Da kann man wirklich erleben, wie Stadt funktioniert bis heute. Und Lübeck ist gegenüber Hamburg eine relativ arme Stadt. Aber da kommt eben ein Punkt dazu, was Sie eben in Ägypten sagten, dass inzwischen durchaus das ein Punkt ist, der einmal inhaltlich was bedeutet. Also Sie können wirklich erleben, wie hat Stadt funktioniert. Sie werden ja öfter mal in Lübeck sein. Die kleinen Straßen, dann die Gänge, wo dann, als das Bevölkerungswachstum immer größer wurde, man hinten hinein ging, dann auch. Dann haben wir Stiftungen, die wir in Lübeck auch haben, dann das zu ihrer Pflicht gemacht, auch dann eben die Bürger zu unterstützen, die dann eben mit den Auflagen umgehen müssen. Das funktioniert. Und der Tourismus profitiert immer mehr davon. Es gibt ganz klare Untersuchungen, dass der Hauptgrund, nach Lübeck zu reisen, erst mal diese intakte, mittelalterliche Stadt ist. Das ist untersucht und die Zahlen steigen ständig. Und natürlich macht man dann in diesen historischen Gebäuden, alle Museen sind in solchen historischen Gebäuden, dann auch seine besonderen Erfahrungen. Das ist, wie man so schön sagt, im Marketing Alleinstellungsmerkmal, aber eins mit Sinn und Verstand und mit Qualität eben auch. Und demnächst verbinden das die Touristen dann noch mit einem Elfi-Besuch und kommen dann zu ihm. Nee, aber ist ja keine Entfernung, genau, ja. Aber da ist wichtig anzumerken, dass das einen ganz großen Unterschied macht, wo dieses Welterbe-Label jetzt auch hinkommt. Es gibt ganz klaren Welterbe-Tourismus. Für Hamburg ist das vielleicht nicht so von Bedeutung. Also Städte wie Wien, Paris, Hamburg haben andere Anziehungspunkte, wie die Musicals, die Kreuzfahrtschiff-Tourismus, der auch sehr stark zieht. Jetzt auch die Elfi, wo sehr viele Touristen deswegen kommen, wo das Welterbe-Label dann vielleicht nicht so wichtig dafür ist. Das ist eher in Städten Bamberg oder so, wo es kein anderer, also dort ist auch die intakte historische Altstadt sehr bedeutend, aber wo dieser Wert eben viel wichtiger in der Tourismuswerbung ist, ist das viel bedeutender wie jetzt bei anderen Welterbe-Städten. Also Zeche Zollverein hat sicher sehr stark von dem Welterbe-Titel profitiert. Also der Tourismus dort, den würde es sonst vielleicht gar nicht geben. Herr Melanie Kirchstein, wir merken schon, dieses kulturelle Erbe hängt von ganz vielen Dingen ab, von wirtschaftlichem, ökonomischem Tourismus, von unserer Geschichte. Was meinen Sie, könnten wir uns hier zusammen im Raum heute auf einen Kanon von kulturellem Erbe einigen oder ist das auch immer eine Frage von Einstellung, Generation? Und gibt es sowas eigentlich überhaupt im kirchlichen Bereich? Also würden Sie sagen, das wandelt sich da auch? Ja, ich würde sagen, es ist eigentlich mein Beruf, zu überlegen, wie wir unser Erbe, in diesem Fall ja natürlich auch viele berühmte Bauwerke, wissen Sie, wie viele Menschen in Kirchen einfach gehen, wenn sie in einer Stadt sind, in alte Kirchen gehen, auch wenn sie vielleicht sonst selten in die Kirche gehen. Ansonsten ist es ja ein geistliches Erbe, was wir erhalten, also sozusagen innere Bauwerke, ein inneres Zuhause. Aber im Grunde ist das, was Sie hier sprechen, über Gebäude, über Kulturerbe, das mein täglich Brot im geistlichen Sinne. Wie mache ich diese geistliche Tradition begehbar für junge Leute? Wie mache ich das, dass diese uralten Schätze von was gibt uns Kraft und Hoffnung zum Leben, wie finden wir Orientierung, wie finden wir Halt, was ist richtig, was ist falsch, wie können wir Gemeinschaft bauen, wie können wir das so transportieren, dass es heute, neudeutsch gesagt, Ressource ist und Menschen anzieht und ihnen Lebensdeutung gibt. Ich weiß nicht, ob es so wichtig ist, dass wir uns auf einen Kanon einigen. Bei Kanon denke ich natürlich an die Bibel und daran, wie lang es gebraucht hat, in der Menschheitsgeschichte das festzulegen. Und das war immer etwas Apologetisches, also etwas gegen die anderen. Aber ich finde eigentlich die Frage wichtig, was eigentlich ist bewahrenswert? Das steckt ja dahinter, hinter der Kanonfestlegung. Also wieder ins Gespräch zu kommen zwischen den Kulturen und untereinander in Zeiten der Digitalisierung, in Zeiten, in denen wir vielleicht den Geschichten verloren geht. Was ist uns wichtig? Was ist auch der Geist dahinter, der uns wichtig ist? Sie sagten immer, das ist Thomas Mann, die Wahrheit, die Freiheit, die Demokratie. Also welche Werte sind hinter diesen Figuren? Welche Geschichten gehören dazu? Das zu bewahren und nicht einfach nur die Gebäude, sondern den Geist dahinter und darüber ins Gespräch zu kommen, über die Bedeutung, also auch welche Deutungen wir für unser Leben daraus gewinnen können, wie es uns hilft. Das finde ich wichtiger, als einen Kanon festzulegen. Ich kann das nur voll unterstützen, weil die Welterbekonvention, also auch wenn wir den Stein schützen, aber wir schützen, also es geht ja hauptsächlich um die Geschichte, die damit erzählt wird. Und das, was wir übermitteln wollen beim Thomas Mann Haus und bei der Speicherstadt, hier ist es der Hafen und das Handeln, das, was wir vermitteln wollen, ist die Geschichte, die wir damit erzählen. Also ohne diese Geschichte wäre ja das Gebäude, also würden wir es nicht wahrnehmen, das ist so, ist fast Natur. Natur nehmen wir erst, können wir auch nur wahrnehmen in der Rezeption. Also an sich hat die Natur von sich aus keinen Wert oder so. Das ist nur in unserer Rezeption, was wir schön finden in der Natur, so eine idyllische Landschaft. Und das ist bei den Gebäuden genauso. Wir müssen uns überlegen, welche Geschichten wir damit erzählen. Also wir sagen, ohne Wurzeln keine Flügel oder aus den Wurzeln wachsen Flügel. Das heißt, wenn wir über die Bedeutung unserer Geschichte nachdenken, gemeinsam, auch im Dialog, nicht sagen, hier ist es richtig, da ist es falsch, dann gewinnen wir auch Zukunftsdeutungen. Und das, glaube ich, ist in diesen Zeiten ganz wichtig, in der Kirche und auch anderswo. Sie haben noch von den jungen Menschen gesprochen, dieser sogenannten Generation X, Y, bald kommt die Z. Und dann fangen wir wahrscheinlich wieder bei A an. Wird ja zugeschrieben, dass sie sehr an der Familie hängen, an einem Zuhause, dass sie dieser etwas verwirrenden, großen weltpolitischen Lage doch auch das Bedürfnis nach Ritualen, nach Traditionen entgegensetzen. Merken Sie das auch, dass sozusagen das kulturelle Erbe da geschätzt wird, dass ein Interesse da ist? Also wir haben ganz viele Jugendliche in der Kirche, ganz viele, die hinkommen. Es gibt ja auch nicht nur eine Nacht der Museen, sondern auch eine Nacht der Kirchen. Wir haben Jugendkirche bei uns, da strömt es. Ich beobachte eigentlich durch alle Generationen ein, das ist doch auch ganz menschlich, zu fragen, wo kommen wir her und was hält uns zusammen? Warum haben wir in dieser Welt, die so schwierig ist, woher nehmen wir eigentlich die Kraft und wie gestalten wir eigentlich, aus welchen Werten leben wir und wie gestalten wir diese Welt, in der so viele Fremde kommen? Also die ganze, nicht nur Herr Trump, sondern auch die europäische Politik zeigt ja im Moment, wie die Situation ist und wie schwierig ist es, sich zu orientieren und wie schwierig ist es, Werte und Deutungen hochzuhalten. Also das Gespräch darüber, das suchen auch junge Leute. Und wir erleben, dass so etwas wie ein geistiges Zuhause ganz doll gesucht wird und ein Ort, wo sowas auch in Gemeinschaft gelebt werden kann. Also wo es nicht nur im stillen Kämmerlein die Sehnsucht gibt, die man dann im Internet in irgendwelchen Musikvideos oder so, sondern wo es so einen Möglichkeitsraum in der Gemeinschaft gibt. Herr Wieskirchen, Sie haben ja gesagt, in Lübeck ist das auch so, dass Sie beobachten, dass viele Jugendliche sich auch diese Museen wieder erobern. Muss man da noch mehr machen? Muss man die noch mehr interessieren oder reicht das, was wir da haben? Man muss immer mehr machen. Man darf sich nie auf dem ausruhen, was gerade Stand ist. Ich würde einen Satz nochmal zu sagen, zu der Frage, die jugendlichen Leute, die jetzt mehr sich zu Hause einrichten, dieses Gefühl, was man ja auch bemerkt, sich selber eine harmonische Umgebung zu schaffen, das ist sicher richtig. Aber das funktioniert natürlich auch nur innerhalb eines Kontextes. Es nützt einem nichts, wenn man das schönste Haus hat, das schönste Erbehaus hat. Ich neige dazu, das wieder so zu machen. Aber es ist ein wunderbares Beispiel. Thomas Mann hatte das schönste Haus im Pacific Palisades. Wenn man die Bilder sieht, Traumhaus. Er sagte, es war fürchterlich, dass ich da ausziehen musste. Eigentlich wollte ich nicht, aber ich konnte in diesem Haus nicht mehr bleiben. Hat mit dem Haus gar nichts zu tun, sondern mit der Situation um das Haus herum daneben auch. Mit der Gesellschaft und Situation, die eben inakzeptabel geworden war. Und deswegen musste er weg. Und diesen Zusammenhang, denke ich, ist ganz wichtig, auch bei jungen Leuten immer wieder herzustellen, dass man ihnen deutlich macht, und ich habe das Gefühl, es hängt auch mit der Politik zusammen. Ich höre von vielen, dass junge Leute sich wieder viel stärker für Politik interessieren, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, als vorher. Es gab ja so eine Tendenz, Karriere. Ich weiß, meine Frau ist Lehrerin, die haben sich für nichts mehr interessiert. Oder auch Studenten. Das kippt langsam wieder, wie ich sagen würde, ins Positive um. Man kümmert sich wieder rum. Und zwar deshalb kümmert man sich drum, weil man merkt, es ist eben keine Selbstverständlichkeit, dass das alles so bleibt, wie es ist. Es geht uns ja wirklich, kann man sagen, in Anführungszeichen verdammt gut. Und jetzt merkt man plötzlich, okay, es gibt Tendenzen, das wissen wir alle hier im Raum, in der Welt, in Europa, aber auch bei uns in Deutschland, die also durchaus ein völlig anderes Gesellschaftsbild entwickeln. Es droht vielleicht so ein kleiner Zivilisationsbruch, das war ein bisschen übertrieben, aber die Gefahr ist zumindest da. Und dann, in dem Augenblick, kommen die traditionellen Erbedinge, glaube ich, ganz entscheidend wieder hoch, indem man eben sich selbst vergewissern muss, wo kommen wir eigentlich her und was müssen wir eigentlich dafür tun, dass die Dinge, über die wir reden, in die wir gerne gehen, mit denen wir gerne umgehen, dass die auch künftig erhalten bleiben. Und das ist, glaube ich, was Positives und das ist auch etwas, was für junge Leute spannend sein kann. Und reicht für diese Internet-Generation, dass Sie die Museumsstücke in die Glasvitrinen packen oder muss da noch ein digitaler Clip dazu? Nein, das muss man klug zusammenbringen. Es reicht nicht, tolle Stücke in eine Vitrine zu legen und eine Beschriftung zweisprachig dazu zu machen, die vielleicht mit zwei Zeilen erklärt, was das ist und noch eine Inventarnummer hinzugibt, wie es so ganz klassisch ist. Das ist nicht ausreichend, sondern entscheidend ist, ich muss dazu eine Geschichte erzählen. Und die meisten besonderen Museumsexponate haben eben spannende, interessante Geschichten, die die Leute auch interessieren. Das kann ich schlecht, indem ich jetzt einen ellenlangen Text an dem hänge. Den liest nämlich schlichtweg keiner. Und da kommt dann die neue Technik ganz gut dazu, indem ich das eventuell als App oder als auf das Smartphone spielbare Kurzinformationen bringe, indem ich noch Parallelwerke, die es gibt, dazu zeige, indem ich Geschichten erzähle. Das ist etwas, was klappt. Aber entscheidend ist, das Ganze muss so funktionieren, dass ich darüber das Stück nicht aus dem Auge verliere. Also wenn ich das so machen kann, dass ich nur noch am Computer alles machen muss, dann gehe ich nicht mehr an den Ort. Sondern es muss so sein, da gibt es kluge Museologen und kluge Firmen und Gestalter und Museumsleute, dass man diesen besonderen Kombinationspunkt hat. Vor dem originalen Stück stehend, dann sich noch eine Information holen, dann entsteht eine Interaktion. Und diese Interaktion muss man in Bewegung setzen. Und das ist eine sehr schwierige Aufgabe, die immer wieder neu ausgehandelt werden muss. Und wie könnte das für einen Deutschen aussehen, der sich jetzt für das Thomas-Mann-Haus interessiert, der sich aber den Flug dahin nicht leisten kann? Also wie kann man das übersetzen, dass ich hier sage, oh Mensch, und dieses Haus... Naja, wir haben darüber jetzt letzte Woche in Berlin noch diskutiert. Es gibt ja eben nicht nur das Haus in Pesifik-Pelizet, es gibt das Bodenprozess in Lübeck, es gibt in Nidden in Litauen ein Haus, in dem Thomas Mann auch gelebt hat, bis er nicht mehr hinfahren konnte, was auch als solches betrieben wird. Völlig andere Probleme in Litauen. Es gibt in Zürich ein Archiv mit Thomas Mann, und wir haben darüber gesprochen, das virtuell zu verknüpfen. Als Biografie, Thomas Mann, ja, aber auch bis ins Veranstaltungsmäßige hinein auch. Also in Pacific Valley Sates gibt es, was bei uns zur Eigentümergemeinschaft heißt, gibt es da großzügiger, das heißt, da sind 500 Villenbesitzer, bestimmen mehr oder weniger, was dort passieren darf. Das ist in den USA so. Und ja, ganz klar gesagt, und da ist auch nichts gegen zu machen, mehr als 50 Leute kommen da nie gleichzeitig rein, weil mehr wollen wir hier nicht haben. Und da ist auch null Chance, das zu ändern, weil diese Gemeinschaft hat dieses Recht, das ist amerikanisches Recht eben auch. Aber man kann eben dann eine besondere Veranstaltung machen mit besonderen Intellektuellen, die dann live dann quasi an die Mannorte gesendet wird, wie dieses Oper-Modell, was wir kennen. Eine Oper wird gespielt, und sie wird eben an bestimmten Orten geschaut. Und dort an den anderen Orten kann man das natürlich auch aufgreifen, indem da auch Experten sind, die darüber diskutieren und das weiterführen dann auch. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten, eben diese Orte zusammenzubringen, auch virtuell zusammenzubringen. Das halte ich durchaus für möglich. Herr Paulowitz, ja. Wir haben ja praktisch eine identische Situation mit den Kontohäusern, die eben jetzt ausgezeichnet sind durch dieses Qualitätssiegel Welterbe und deswegen jetzt auch besucht werden wollen. Aber wir wollen natürlich eigentlich die Funktion dieser Häuser als Bürohäuser für Firmen erhalten. Die wollen natürlich nicht die Touristen in den Häusern haben. Das heißt, und das ist auch unser Anliegen jetzt, das ist jetzt vom Denkmalschutz unser Anliegen oder von dieser Welterbe-Sicht, dass dort eben dann nicht, also das Spannende an den Kontohäusern, in vielen sind ja diese Treppenhäuser auch und diese wirklich qualitätvolle Architektur im Inneren und dass wir hier einen Zugang schaffen, der eben dann virtuell durch ein Informationszentrum dort angeboten wird oder auch über Internet und dass man sich dort eben vielleicht auch so reinbewegen kann und das so aufgefangen wird. Also das ist auch genau so eine Geschichte, die wir auch haben. In der Speicherstadt ist es umgekehrt. Da können gar nicht viel genug Touristen durchwandern, weil hier gibt es einfach Abnehmer für die Touristenströme, also von der Gastronomie über die Veranstaltungsorte und Museen, die das einfach sehr gut auffangen. Also hier könnten wir sie sehr gut abwickeln, während wir das im Kontohausviertel, wir haben schon in unserer eigenen, also in dieser kleinen Welterbestätte schon genauso eine Problematik auch. Aber gleichzeitig haben Sie mir erzählt, dieses lebendige Erbe heißt ja nicht nur, die Touristen kommen, sondern das Ganze soll, die Speicherstadt soll sozusagen wieder ein Stück Speicherstadt werden. Wie kann man sich das denn vorstellen? Werden erhalten. Also wir arbeiten natürlich mit den Eigentümern zusammen, das von der Struktur her, also ich meine natürlich, also es gibt einfach von der Wirtschaft her, Ohren-Teppiche verkaufen sich dann auch nicht mehr so, wie sie sich verkauft haben noch vor 20 Jahren. Und das wird wahrscheinlich langsam weniger werden. Also wir versuchen einfach andere Dienstleister, die auch vielleicht lagern, wie Modelabels oder so, dann in der Speicherstadt das attraktiv zu machen oder eben für Terzian-Sektor wie Architektur oder so, dort eben das anzubieten, dass die dort ihre Büros haben. Aber das ist zumindest eine Büronutzung. Also Speicherstadt war ja nie nur Speicher, sondern schon auch Kontor, also eben Büroviertel, dass das eben ein Büroviertel bleibt und nicht zum Wohnungsviertel verkommt oder Luxuswohnungen gebaut werden oder so. Also das Anliegen ist es eben, dass so eine wirtschaftliche Nutzung bleibt. Dass man es als das wiedererkennt, was es mal war. Erkennbar bleibt. Es ist ja schon, finde ich, es ist sehr klar noch erkennbar als Speicher. Ja, Sie haben eben schon gesagt, Weltkulturerbe hat so zwei Seiten. Gibt es denn da Reformbemühungen, dass man sagt, wir müssen auch mehr auf die ganze Welt gucken? Also gerade jetzt, wir haben das gesehen, die Taliban haben viel zerstört, IS hat viel zerstört. Also ändert das nicht auch unsere Wahrnehmung von kulturellem Erbe, dass wir sagen, wir müssen eigentlich mehr weltweit gucken? Welches kulturelle Erbe ist bedroht? Wo müssen wir eingreifen? Also Welterbe ist natürlich ganz stark eine völkerverbindende Konvention von Anfang an gewesen und ist auch, also ich meine, in der heutigen Zeit mit Internet mag das anders erscheinen, aber als die Welterbekonvention in den Ende der 70er Jahre verankert wurde, ist ja ganz stark dieses, dass man von den Erben und von der Kultur der anderen lernt, dass man lernt, wie geht man in Australien mit dem Erbe um, wie geht man in Japan mit dem Erbe um. Das ist ja auch ein anderer Kultur- und Erbebegriff, wie man Erbe erhält. Also ganz klar mit den Aborigines in Australien ist viel wichtiger, der Erzählstruktur, die Geschichten, die, die für, dort ist nicht wichtig, ob es ein Land, einen Vertrag gibt mit jemand, sondern dort ist wichtig, was erzählt wird an Geschichten. Und diese Vermittlung ist eine ganz starke Sache der Welterbekonvention, die von Anfang an da war. Also ich würde sagen, das ist jetzt nicht neu, sondern das ist ein ganzer Grundanspruch der Welterbekonvention. Jetzt zu ISIS und zu Zerstörungen. Hier spielt natürlich diese, jetzt innerhalb der Welterbekonvention, diese Aufmerksamkeit, die man damit erregen kann, also ansprechen kann, auch für Spenden oder so eine Rolle, aber auch das Spezialisten-Netzwerk, das man damit animieren kann. Und ganz stark für Welterbe ist wichtig auch, dass sich hier Steinrestauratoren oder so, die sich hier gut damit auskennen, dann auch deren Wissen vermittelt wird. An dort, wir machen so Live-Schaltungen über Internet, also mit Video, so mit Skype oder so, Konferenzen um eben zu, wie schützt man die Steine dort, wie schafft man sie schnell heraus, wie lagert man sie richtig ein. Also hier gibt es einen ganz, ganz guten Knowledge Transfer zwischen der ersten und der, also zwischen dort, wo Konfliktzonen sind und hier. Das Beispiel IS und Taliban, was ich eben erwähne, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch für diese Erbe-Diskussion. Und die Zerstörungen, die dort vorgenommen werden, die, so pervers das klingen mag, sind ja eben ein Beleg dafür, wie wichtig das Erbe ist. Das tun die ja nicht zufällig. Also sie zerstören ja nicht nur irgendwelche Infrastruktur. Die wollen ja einen Zivilisationsbruch, sie wollen ja einen völlig neuen Staat. Also sie müssen sich erst mal alles beseitigen, was an das Alte erinnert eben. Und da sind die kulturellen Wahrzeichen ein ganz zentraler Punkt. Den müssen die beseitigen, weil sie sonst ihr Terrorregime eben nicht wirklich zu Ende führen können. Und das zeigt ja aber doch auch die Kraft und die Macht dieses Erbes. Wenn das keine Macht mehr hätte, dann würden die sagen, was müssen wir uns Mühe geben, diese alten Dinge kaputt zu machen. Wir haben anderes genug zu tun. Wir haben genug Feinde und andere Dinge. Nein, sie tun es aber. Und damit zeigen sie im Grunde leider, muss man sagen, eben die Stärke dieses Erbes auch. Kommen wir mal, machen wir mal einen Zeitsprung, wenn wir jetzt mal 50, 100 Jahre weiter denken. Was glauben Sie, Frau Kirstein, welches kulturelle Erbe werden wir dann in den Blickpunkt nehmen? Ist es dann noch die Speicherstadt? Oder ist es vielleicht, der Kollege sagte vorhin, die Currywurst oder der Döner? In Form der Digitalisierung, Computerspielmuseum haben wir jetzt schon, aber ist es dann vielleicht der erste Atari oder das erste iPhone? Wird das auch diese Bedeutung wie diese Bauwerke bekommen? Was glauben Sie? Na, ich glaube, dass wir die Kirche wieder stark einen Blick nehmen. Ich glaube tatsächlich, dass es eine Bewegung dahin, hoffe ich natürlich auch, eine Bewegung dahin geben wird, so wie diese Zerstörungen ja deutlich machen, auch den Wert sozusagen umgekehrt, dass Menschen, so wie wir im Moment auch an Herrn Trump sehen, was wir bewahren und schätzen müssen, so glaube ich, dass es eine Bewegung, und die spüren wir ja auch schon, geben wird, die uns wieder deutlich macht, dass die Bewahrung von innerer Ressource, von eigener Kraft, von Glauben, von Hoffnung, von Gestaltung, von Gemeinschaft, von sich wieder zusammentun und für Werte eintreten, Welt gestalten und nicht nur individualistisch für das eigene Wohl zu sein. Ich glaube, dass das alles wieder wichtiger wird, weil ohne das Menschen einfach nicht glücklich sind. Ich glaube, dass das wieder kommen wird, weil wir sind, wie wir sind, weil wir Menschen sind, weil wir zusammen was auf die Beine stellen wollen und weil wir eigentlich auch nicht wollen, dass es anderen schlecht geht. Also das glaube ich halt. Es geht uns eigentlich besser, wenn wir gemeinsam was Gutes machen, als wenn wir, da kann man jetzt sagen, das ist halb-halb in dieser Welt. Aber ich glaube, dass das wieder kommen wird, dass wir uns da auf das besinnen, was wir hier, auch gerade in Europa, nicht nur in der Kirche, sondern auch in anderen Bewegungen, an guter Geisteskraft haben und dass wir das zurückgewinnen werden. Herr Wieskirchen, sind Sie da auch so optimistisch? Und meine Ausgangsfrage wäre, ja, was sind das denn für Denkmäler, die wir dann haben? Sind das noch Ihre Museen oder sind das eher die digitalen Bibliotheken, die wir aufgebaut haben, um unser Wissen zu konservieren? Ja, das ist natürlich schwierig, weil das ist, also beim Digitalen bin ich mir nicht ganz sicher. Wir wissen, dass diese Sachen nicht so haltbar sind. Also die Frage kann auch niemand beurteilen. Aber es muss ja, Was ist schon haltbar? Ja, doch. Also was ganz klar... Ja, alte Kirchen sind zum Beispiel haltbar. Und alte Bücher, die vor 1900 gedruckt sind, wo also noch gewisse chemische Dinge nicht drin sind, die sind, können Sie tausend... Und ja, das ist ganz klar, die halten wesentlich länger als etwa einen Speicher im Computer, der muss umgeladen werden. Aber das... Da gibt es ja keine Erfahrungswerte, was mit diesen digitalen Werten passiert. Also von daher, ich denke, mir fällt jetzt Dresden als Beispiel ein mit zwei verschiedenen Dingen. Einerseits hat Dresden ja ganz großzügig auf den Welterbestatus verzichtet. Er hat gesagt, wir brauchen das nicht, weil diese Waldschlösschenbrücke zerstörte quasi den Blick auf Dresden. Die haben sie trotzdem gebaut, haben den Status verloren. Sie haben jetzt einen Rückgang im Tourismus, der hängt aber, glaube ich, mit anderen Dingen zusammen über die Welt. Ja, das weiß man inzwischen auch. So, aber es gibt ja dann zum Beispiel was anderes. Zerstörung, nehmen Sie die Frauenkirche in Dresden. Die ist wieder aufgebaut worden, ist ja hochproblematisch auch, baut man sowas wieder auf. Aber die ist ja zu einem Symbol geworden. Da baut man eine solche Kirche, die zerstört war, vollkommen zerstört war, mit einigen Resten, aber im Grunde als Fake, könnte man bösartig sagen, wieder auf. Und sie hat eine ungeheure Bedeutung für diese Stadt. Sowas kann auch jetzt immer noch passieren. Ich weiß nicht, was es sein könnte, aber ich glaube, da können wir schlecht in die Zukunft gucken. Ich glaube aber, dass es mit materiellen Dingen auf jeden Fall etwas zu tun haben wird. Es kann nicht nur digital funktionieren. Es ist sicher so, dass bei jungen Leuten sich das ändert. Das kann einem ein wenig Angst und Bange machen, weil unser einer sagt, das Wirkliche, das Reale ist doch das Besondere. Also ich habe das bei mir jetzt erlebt, man guckt im Fernsehen, die ganzen Sachen, die App-Philharmonie, jetzt bin ich mal eben da hingegangen und allein das davorstehen und zu sehen, wie massiv, wie mächtig ist das denn? Das ist für mich noch ein Erlebnis, weil das eine andere Wahrnehmung ist als alles, was ich digital im Fernsehen sehe, weil in dem Augenblick kann ich meinen einen kleinen Körper mit diesem Gebäude in den Kontext bringen und kann sagen, es ist was anderes, als wenn ich das digital sehe. Es gibt erste Untersuchungen bei jungen Leuten, bei ganz jungen, unter 6, 7, 8-Jährigen, die mit diesen digitalen Medien groß werden, dass da es beginnt, dass die Wirklichkeit, die reale Wirklichkeit, sage ich mal, und die virtuelle Wirklichkeit gar nicht mehr so stark unterschieden sind bei denen. Für die spielt es gar nicht mehr so eine große Rolle, ob sie in der Wirklichkeit was tun oder ob sie etwas in irgendeinem dieser virtuellen Räume tun. Also das heißt, die neue Technik, das muss man sich, glaube ich, vor Augen führen, macht mit den kleinen Menschen etwas. Da weiß keiner, wo das in 10 Jahren hingeführt hat. Und dann mag es vielleicht sein, dass denen das völlig egal ist in 10 Jahren, ob sie eine Gutenberg-Bibel sehen in der Wirklichkeit oder ob sie die Gutenberg-Bibel absolut digital, hervorragend präsentiert, mit Umblättern und was nicht alles geht, reinzoomen, im Digitalen sehen, dass die sagen, ist für mich kein Unterschied, für uns ist es einer. Das macht mir so ein bisschen Angst auch, weil diese Untersuchungen gibt es. Und da denke ich, es ist auch Erziehung. Und was macht Ihnen daran Angst? Das könnte ja auch sein, dass Welt und Generationen sich verändern, dass es dann einfach so ist. Was wäre daran so schlimm? Also das Entscheidende für mich wäre, da bin ich jetzt vielleicht etwas traditionell, sorry, dass bei allem Digitalen dann die Kraft, sich gegen negative Veränderungen in der Wirklichkeit zu wenden, nachlässt. Eins der Bücher, was bei Amazon am meisten verkauft wird, ist George Orwell 1984 jetzt auch. Da merkt man ja, was da passieren kann. Ich glaube, dass wenn man keine Verankerung in der wirklichen Wirklichkeit, so nenne ich sie mal, hat, ist man für jegliche Demagogie und für all die Dinge sehr, sehr anfällig. Nicht umsonst macht Donald Trump Politik mit Twitter und nicht mit in der Wirklichkeit. Da würde es, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Das ist eine große Gefahr, denke ich. Paulowitz? Ich kann es nur unterscheiden, was mir an Büchern, also wir kommen jetzt sehr stark zu den Kosten. Also was können wir uns leisten im Sinne von, was können wir finanzieren? Was ist uns das auch wert? Also in 100 Jahren zum Beispiel. Das hat auch mit dem Digitalen zu tun, weil eben digitaler Speicher für so eine Gutenberg-Bibel in voller Qualität sehr groß ist. Und wenn wir alle Filme und immer mehr Content fabrizieren, wir wissen ja gar nicht, wohin damit. Also zum Beispiel bei Filmen behalten wir sehr viel aus den 50ern, 40ern, 30ern aufs alten Filmmaterial. Das wird umgespielt. Da haben wir einen Überblick über wie viel Erbe wir da noch haben von diesen Filmen, auch von Alltagsfilmen, von Leuten, die auf 35, 18 Millimeter oder was weiß ich gedreht wurden. Die werden jetzt langsam überspielt, weil das Material kaputt wird. Die können wir erhalten. Aber die ganzen Filme, die heute sind, niemand behält mehr Alltagsfilme auf. Bildmaterial. Das geht alles verloren. Also in Facebook, Twitter, das wird alles kurz mal gespeichert und in zehn Jahren ist nichts mehr da. Wir werden uns irgendwann überlegen müssen, was ist das Erbe, also jetzt die Geschichte, die Tradition, die wir von unserer Generation jetzt aufbewahren wollen, weil das wird einfach weg sein, weil es nicht materiell existiert. Aber es existieren ja zum Beispiel die Geräte, das Smartphone. Ja, aber das Smartphone funktioniert in zehn Jahren nicht mehr. Den Atari kann niemand mehr einschalten. Das Programm funktioniert ja gar nicht. Ich könnte ihn aber irgendwo hinstellen und sagen, das ist jetzt Weltkulturerbe. Ja, aber nur das Gerät, aber nicht der Inhalt. Also die Filme nicht mehr. Also Sie meinen, ich finde auch keinen mehr, der das anschmeißen kann. Das würde nicht mehr funktionieren auch. Wer weiß, ob dann der Strom noch dieselbe Voltzahl hat. und das sind alles Fragen, die man sich bei digitalen Erbe ganz stark stellen muss. Mit materiellen, also jetzt mit klassischen Erbe haben wir mehr Erfahrung, wie wir es erhalten. Haben wir jahrhundertelang und das langsam, die Prozesse sind langsam. Bei digitalen Erbe wissen wir gar nicht, wie wir in Zukunft damit umgehen werden. Und was gibt es da für Diskussionen? Wo geht das hin? Gibt es doch sicherlich schon Diskussionen. Es gibt die Diskussion, ich kann jetzt nicht. Aber es ist ein wichtiger Punkt, weil es da wirklich um Geld geht. Es gibt ja die Diskussion, in der Politik ist ja häufiger, dass man am besten alles, Bibliotheken sind zum Beispiel, in Lübeck haben wir das Publikum überall auch, es gibt so viele Bücher oder Archivmaterialien. Dann wird der Raum zu knapp, dann muss man einen neuen Raum schaffen, das kostet Geld. Also diskutiert man immer wieder, man kann das doch alles digitalisieren. Dann gibt es die ganz Hardliner, die sagen, okay, und vieles kann man dann einfach entsorgen, wir haben es ja digital. Das halte ich für ganz, ganz gefährlich. Und es gibt Untersuchungen, die ganz klar sagen, es ist günstiger, Bücher aufzubewahren, als dasselbe, was in den Büchern drin ist, nehmen wir mal 100 Regalmeter, in einer digital aufzubewahren. Wenn man das auf 50, 100 Jahre rechnet, wird das digitale teurer. Ich brauche sonst nur ein Gebäude mit klaren Klimawerten, dann stehen die Bücher da, denen passiert gar nichts. Wenn ich 100 Jahre digital etwas, da gibt es Untersuchungen zu aufbewahren will, ist das teurer. Das muss man einfach so sehen. Man glaubt immer, es ist billiger, wenn ich alles schnell mal irgendwie kopiere und in den Computer bringe, aber das ist ein Irrtum. Da müssen wir sehr aufpassen. Außerdem ist es natürlich ein unglaublicher Genuss, in so einer alten, großen Bibliothek zu sein. Davon rede ich gar nicht. Dass es viel schöner ist, ist eine ganz andere Frage. Da wird jeder beeindruckt sein, auch ein Jugendlicher, der ansonsten nur über Handy kommuniziert. Also ich meine, man dachte einmal in einer Zeit, in den 70ern, glaube ich, 80ern, späten 80ern vielleicht, Mikrofisch ist die Lösung und die sind alle verblichen. Die sind alle nicht mehr da. Und die Bibliotheken, die jetzt diese Zeitungen noch aufbewahrt haben, also gerade bei Zeitungen, haben die jetzt noch alle. Also da gibt es eben ganz stark, ich glaube, es geht ja aus Europa, gehen schon sehr viele zur American Library of Congress, um solche Zeitungen auch noch wieder zu bekommen, um auch diese Information wieder zu haben, weil wir sie einfach abgegeben haben. Also so das mit dem Erbe bewahren. Aber trotzdem steht es... Ich glaube, wir brauchen beides. Es ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass es parallel läuft. Natürlich ist es günstiger, etwas zu digitalisieren, weil ich die Mengen von Informationen auch besser bearbeiten kann. Ich finde etwas schneller, es ist für die Wissenschaft, für die normalen Bürger besser, weil man eben schneller sich informieren kann auch. Aber ich würde davor warnen und das tun manche eben zu sagen, dann brauchen wir die realen Dinge nicht mehr. Die werden wir weiter pflegen müssen. Aber meine Frage, Pauli, war ja auch, was bleibt sozusagen von unserer Zeit in 50, 100 Jahren übrig? Sie sagen jetzt, Digitalisierung ist schwierig, aber wir kommen, wir leben ja in der digitalisierten Welt. Hier war die Hoffnung, wir sozusagen kehren zu unseren wirklichen Werten zurück. Aber kommt noch etwas anderes dazu? Was würden Sie sagen? Macht diese Zeit, unsere Zeit, irgendwas besonders schützenswert für in 50, 100 Jahren? Gibt es das? Ach ja. Also in jedem Fall. Fußballstadion haben Sie gesagt. Also ja, was auch immer für die Elbphilharmonie vielleicht. Also das kann man jetzt nicht, das kommt auf die Rezeption an des Gebäudes und so weiter. Aber natürlich machen wir noch Erbe, dass das erhaltungswürdig ist oder wo wir feststellen, dass wir es irgendwann erhalten wollen. Autobahnbrücken, Straßen, die vielleicht auch in ihrer Art, wie sie gebaut sind, einmal interessant werden, um sie für die Zukunft zu halten. Aber Natur, Aachen? Auch, ja, Natur, natürlich. Sie haben es nicht so mit der Natur. Doch, doch, doch. Ja, ich komme aus der Kultur. Doch, doch, doch. Nein, doch, ich habe es mit der Natur. Aber das ist einfach nicht mein Thema. Aber ich würde sagen, eine wichtige Frage, die sich Denkmalschutz und Welterbe jetzt dann schon stellen wird, ist eben, wie viele von den Denkmälern können wir uns noch leisten und welche müssen wir vielleicht auch aufgeben, um einfach zu sagen, wir treffen eine Auswahl, um nur diese zu bewahren. Wenn wir zum Beispiel gotische Kirchen, also erhalten, versuchen wir alle zu erhalten oder wählen wir dann welche aus. Und da kann man natürlich sagen, vielleicht, also die Welterbekonvention, dieses Qualitätssiegel ist dann vielleicht auch ein zukünftiges Auswahlkriterium. Ich will nicht sagen, dass ich das will, aber das kann man vielleicht absehen, dass so etwas passiert. Dieses europäische Kulturerbesiegel, die Welterbe-Liste wird vielleicht so eine Liste sein, wo man dann in 50, 100 Jahren sagt, ja, jetzt sind ja 1.000 oben, dann sind eben 10.000 oben in 50 Jahren. Ja, das ist das gemeinsame Erbe, das wir wirklich erhalten wollen und wo wir das Geld auch ausgeben. Und auch mit den Geschichten eben. Also ganz stark, ganz wichtig, also aus dem angersächsischen Raum lernen wir ja, dass Veränderungen an Denkmälern viel mehr wie bei uns möglich sind, jetzt am Materiellen. Aber das Wichtige ist, dass eben die Botschaft, die mit dem Denkmal verbunden ist, dass die noch vermittelbar bleibt. Das ist viel zentraler. Und so sehe ich das hier auch, dass die Botschaft eben noch vermittelt wird. Wir fragen uns ja heute Abend, wie viel ist uns unser kulturelles Erbe wert? Jetzt sind Sie gleich dran mit Ihren Fragen, aber eine kurze Frage noch in die Runde. Also ist es uns genug wert, das kulturelle Erbe? Oder meinen Sie hier auf dem Podium, wir müssten da noch viel mehr für tun? Was meinen Sie, Frau Kirchstein? Geben wir dem den richtigen Stellenwert? In diesen Tagen ist ja immer davon die Rede, unsere kulturellen Werte. Das wird dann gerne in der Flüchtlingsdebatte auch so ein bisschen als wir in Deutschland sind so und die anderen sind so genannt. Aber ist es denn auch, haben wir da genug Blick drauf, was wir noch erhalten müssen? Naja, wir in Deutschland sind so, was meinen Sie? Also die Verteidigung des christlichen Abendlandes, wer das verteidigen möchte, hat vielleicht dann noch nicht so richtig begriffen, was eigentlich das Christliche im Abendland ist. Denn diese Tradition, unsere jüdisch-christliche, die ich ja hier auch mit vertrete, die ist ja nun viel weiter und viel größer als Europa und hat vor allem damit zu tun, dass wir auf die ganze Welt gucken, so ähnlich wie mit dem Weltkulturabe und dass wir also im Grunde die Menschlichkeit und das, was sie zustande gebracht hat an Werten, dass wir darauf gucken und das, na, da würde ich natürlich sagen, dafür müssen wir mehr tun und das müssen wir progressiv, also mit mehr Kraft vertreten und nicht nur verteidigend sagen, ach, Entschuldigung, wir haben uns jetzt hervorgetan, uns zu kümmern, sondern das ist natürlich ein großer Menschheitswert, dass wir dafür eintreten, dass Gerechtigkeit sein soll als Vision, aber auch als Leitfaden in unserem Handeln. Ja, ich überlege halt gerade so, geht es darum, einfach zu bewahren oder was sagen diese Werte, die wir erhalten, uns in der heutigen Zeit, was sagen die Werte, die ich vertrete, uns in der heutigen Zeit und da wird es vielleicht sein, dass wir in 100 Jahren sehen, dass es gerade einen riesen Kulturumbruch auch gibt. Ich weiß nicht, wohin unsere Systeme weiterlaufen, nicht in der Kirche, nicht in der ökonomischen Welt, nicht im Kapitalismus, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist gerade eine wirkliche Krise, eine wirkliche Suchbewegung in Gange und welche Deutungsmöglichkeiten geben uns die alten Werte und welche Wege beschreiten wir mit ihnen? Wir wollen ja nicht nur diskutieren, wie wir sie digital oder wirklich bewahren, sondern warum bewahren wir sie denn? Weil sie uns doch auch Wege weisen sollen und uns deuten sollen, wie das Leben der Menschheit weitergeht. Und da würde ich in der Tat sagen, da können wir mit mehr Selbstbewusstsein dafür eintreten, dass das, was wir meinen, was bewahrenswert ist an Menschlichkeit, sage ich mal, an Werten, die Menschen geschaffen haben, die ihr Leben gestaltet haben im großen Miteinander, dass wir dafür kämpfen, dass wir dafür eintreten, dass das eben nicht selbstverständlich ist, dass wir immer Geld und Raum haben, dass das alles bewahrt wird. Ja, da könnte es ja vielleicht auch sein, dass uns diese Zeit, dass wir in 100 Jahren sagen, also warum überlegen wir nicht, im Moment entstehen immer mehr Wohnprojekte, auch zwischen Migranten und anderen, zwischen Alt und Jung, neue Wohnformen, also auch da gibt es ja vielleicht dann neu entstehende Formen, die bewahrenswert sind, vielleicht dann in 100 Jahren, wo man zurückguckt und sagt, da hat es, ich glaube, bei Hitzacker gibt es so ein Projekt zum Beispiel, wo versucht wird, Migranten und Einheimische zusammenzubringen, Dinge zu entwickeln in Arbeit und Lebensform. Da sind solche Samen entstanden, wo man Neues entwickelt hat. Vielleicht ist sowas auch bewahrenswert. Ohne die Menschen in den Kirchen wäre diese ganze Flüchtlings, das Engagement für die Flüchtlinge gar nicht möglich gewesen. Was sagt uns das? Ist sowas auch bewahrenswert, dass wir erleben, es ist ein ganz neues Bürgerengagement in Gange für geistliche Schätze, die wir bewahren wollen? Also da würde ich eher drüber nachdenken. Herr Wieskirchen, als, ich sage jetzt mal, Platt-Museumsdirektor müssen Sie natürlich sagen, wir tun noch nicht genug dafür, es muss mehr Geld für die Kultur geben. Oder? Ja. Sind Sie da postfaktisch? Wobei ich das jetzt dabei nicht bei belassen würde. Also einerseits ist nie genug da. Aber das kenne ich nur im Museumsdirektor. Das ist, glaube ich, allüberall so, dass man sich mehr wünscht. Also Sie wünschen wahrscheinlich auch noch zwei Kollegen mehr, damit Sie ein paar Dienste weniger haben. Also irgendwie ist es immer so, dass es knapp ist, auch denke ich. Aber hier muss man, ich kann jetzt nur für den relativ kleinen Beritt Lübeck sprechen. Also wenn ich die Stadt mir angucke, dann kann man, glaube ich, ganz selbst, sagen momentan, und da ist, glaube ich, eher die Gefahr, dass wir dafür sorgen müssen, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Lübeck gibt relativ viel für Kultur aus, weil es ist ja nun eine Stadt mit großer Tradition. Von daher gibt es nur städtische Kultureinrichtungen. Es gibt keine Landesinstitutionen. Das heißt, Lübeck muss seine gesamte Kultur alleine finanzieren, gibt aber fast so viel aus wie etwa Liesig-Holstein für Schloss Gotthau für die ganzen Museen auch. Das ist eine Leistung. Es gibt ein ungeheuer starkes Stiftungsengagement in Lübeck, also die Posse-Stiftung und andere große Stiftungen tun extrem viel. Das ist gar nicht hoch genug zu schätzen. Und es gibt das, was Sie sagen, es gibt ein Bürgerengagement, fantastischer Art und Weise. Also wir haben eine Kirche, eine Kulturkirche, die als Museumskirche betrieben wird, wo es knapp war. Da haben sich sofort 50 Leute gefunden, die dafür sorgen, dass sie jetzt vier Tage in der Woche auf sein kann. Also dieses alles funktioniert und ich glaube, es funktioniert jetzt und entscheidend ist, dass man dafür sorgt, dass es auch weiter funktioniert. Natürlich gibt es in der Stadt auch andere Probleme, wo manche sagen, die sind drängender, Straßen, die Brücken sind alle kaputt in Lübeck, Schulen sind marot, weiß ich aus eigener Anschauung von meiner Frau. Also es geht darum, dass manche sagen, wir müssen die Gelder anders verteilen. Momentan ist das nicht so, es wird viel Kultur auch investiert, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass bei einer Zuspitze in der gesellschaftlichen Lage das eventuell nachlassen könnte. Wobei ich auch Schulen und Bildung zur Kulturweitergabe zielen würde. Ja, das tue ich auch, aber es wird in der Politik immer auch gegeneinander ausgespielt. Es sind unterschiedliche Töpfe, was ich nicht gut finde. Weil es unterschiedliche Töpfe sind und unterschiedliche auch Dezernenten, Senatoren oder Minister. Das ist ein Problem, glaube ich, der Politik, dass gar nicht genug verknüpft wird, Bildung und Kultur. Das könnte man intelligenter machen. Herr Paulus, was würden Sie sagen, der Denkmalschutz ist gut aufgestellt oder wir stehen erst am Anfang? Ja, also ich würde sagen, gut aufgestellt. Ich denke, der prinzipielle Umbruch bei Denkmalschutz und bei Erhaltung ist einfach von einer Reaktion auf Aktivität. Also früher hat man einfach reagiert, am Ende stand der Denkmalschutz und der ist am Ende interveniert und das ist problematisch. Und das wird auch so erkannt. Und da findet ein Umbruch statt, dass eben proaktiv beim Denkmalschutz, bei Welterbe, in jedem Vorhaben wird jetzt von Anfang an der Denkmalschutz mit eingebunden. Man überlegt, das ist so wie die Umweltverträglichkeitsprüfung, eine Kulturverträglichkeitsprüfung, was darf man machen, wie weit, dann kann man auch sehr gut das finanziell sehr gut abfedern, dann kann man sich sehr früh überlegen, was ist möglich, sowohl für den Eigentümer, also für den Bauherrn, wie auch für den Denkmalschutz, wie weit kann man aufeinander zugehen, aber das muss davor passieren. Und hier ist der große Umbruch und hier sehe ich die große Chance, dass man sehr viele Denkmäler erhalten kann und das auch finanziell sehr gut abfedert. Ich finde, das problematisch wird es, wenn Denkmalschutz oder wenn Erhaltung immer als etwas Negatives wahrgenommen wird, das am Ende kommt. Und dieses zu verändern, und das ist jetzt der Punkt, das Wichtigste, ist die Denkmalvermittlung. Und da muss sehr viel passieren. Also da muss sehr viel noch passieren beim Welterbe, dass man eben vermittelt, was ist der Wert, was ist damit verknüpft und wieso erhalten wir das. Und das ist eher so auch Kommunikation. Da lernen wir natürlich erst sehr viel dazu. Da sind wir in einer Anfangsphase. Ja, ganz vielen Dank. Dann gebe ich jetzt mal an Sie weiter. Ich denke, dass, ja genau, Herr Sunken steht da hinten und hier ist noch eine zweite Dame. Also Fragen, Anmerkungen, Kritik, auch an Einzelne. Oder sind Sie jetzt auch hier? Da habe ich zwei Herren. Vielleicht fangen wir mal mit dem Herrn da an, genau. Und dann hier in der ersten Reihe sind Sie als nächstes dran. Tun Sie mir den Gefallen, sagen Sie kurz Ihren Namen und falls Sie zu einer Organisation gehören, auch diese. Ja, mein Name ist Freudenthal. Ich bin nur ganz nebenbei Mitglied im Denkmalschutzverein in Hamburg. Der hat 400 Mitglieder. Der Museumsverein, Freunde der Kunsthalle, hat 11.000. Also ich kann Sie nur auffordern, treten Sie ein. Okay. Was kostet denn der Mitgliedsbeitrag? Das sind lächerliche 30 Euro im Jahr. Och. Und kriegt man irgendwie freien Eintritt? Nein, nein, es werden unter ein paar kleine Unternehmungen gemacht. Der Verein ist eben viel zu klein, um wirksam zu werden, auch nach außen. Klingt ja interessant. Aber ich habe eine andere Frage noch, wenn ich das darf. Ja, bitte. Das war nur nebenbei, obwohl das natürlich wichtig ist. an Herrn Paulowitz. Was ich überhaupt nicht verstehe, dass man ein Gebäude wie die Cityhöfe neben dem Kontorhausviertel abreißt und das offensichtlich für das Weltkulturerbe völlig ohne Folgen ist. Also in Dresden haben wir ja gerade gehört, da wird eine Brücke gebaut, die vielleicht verkehrstechnisch sogar notwendig ist. Und Dresden verzichtet daraufhin auf den Weltelbe-Status. Die Planungen für die Cityhöfe gehen auf die 20er Jahre zurück. Also genau auf den Zeitraum, in dem das Kontorhausviertel gebaut wurde. Und ich finde optisch ist es als Akzent neben dem Kontorhausviertel absolut notwendig, um auch einen Kontrast zu haben, um zu zeigen, was ist das Besondere am Kontorhausviertel. Aber auch, was sind die besonderen Qualitäten dieser Cityhöfe, die nämlich meines Erachtens sehr wohl bestehen. Wenn man nur auf die Haut, die aus den 70er Jahren stammt und aus Kostengründen billig gemacht wurde, als alleiniges Merkmal für die Qualität des Gebäudes heranzieht, dann ist es einfach lächerlich und in meinen Augen auch unsachlich. Ja, ganz vielen Dank. Herr Paulowitz, können Sie dazu was sagen? Ja, also es liegt mir fern zu beurteilen, was jetzt die bessere Lösung ist. Meine Aufgabe ist es, zu koordinieren und zu sehen, dass Hamburg seinen Welterbetitel in dieser Frage dann, in den Problemen, die sich vielleicht damit stellen, dass da keine Probleme mit der UNESCO entstehen, wie eventuell in Dresden, in Köln, in Wien bei solchen Projekten. Das muss man sich genau ansehen. Dresden ist natürlich klar, also der Elbblick war genau geschützt, also es war genau geschützt, genau diese Sichtachse. Wenn ich da natürlich etwas in die Kernzone rein stelle, was diese Sichtachse verändert, dann setze ich natürlich diesen Titel auf Spiel. Das ist ganz klar. Das ist hier natürlich nicht so, weil die Sittehöfe in der Pufferzone liegen. Es ist natürlich eine spannende Diskussion zum Denkmalschutz. Da sind wir wieder, dass sich das Erbe ja verändert und sich vielleicht auch die Sicht auf Erbe verändert. und diese Diskussion wird ja erst geführt werden. Es gibt ja keine Genehmigung noch, dass das Gebäude entfernt wird. Das kommt ja erst später. Wir sind jetzt in einer Phase, wo wir uns ansehen, gibt es nicht vielleicht andere Lösungen, die im Sinne jetzt auch des Wertes der Welterbestätte dort eine Lösung bringen, die vielleicht auch spannend ist. Man muss das natürlich dann abwägen, aber diese Abwägung liegt noch nicht da und die Diskussion wird noch geführt werden. Ja, vielen Dank. Jetzt der Herr in der ersten Reihe. Ja, mein Name ist Klaus Günther Junge. Also meine Frage ist, wir haben ja nicht nur ein Erbe, ein Welterbe, das wir an unsere Generation weitergeben wollen, was positiv ist, was grandios ist, sondern wir haben ja auch ein Welterbe, was nicht so schön ist, was wir nicht so gern weitergeben möchten. Ich denke da mal, hier in Hamburg gibt es viele Gedenkstätten, wie Bullenhuser Damm, Neuengamme, wie auch letzten Endes ja auch der Sklaventransport von der Firma, von der Reherei Leis, die dann mit reich geworden ist, hier in Hamburg ein Erbe hinterlassen hat. Und wie gehen wir in Zukunft vielleicht damit um? Wird das ganz verschwinden? Wird man sich nur noch daran, an den positiven Dingen orientieren, damit ordentlich Touristen kommen? Oder wird auch da auf dem Gebiet weitergearbeitet? Ja, ich denke, das ist eine Frage an alle drei. Wollen Sie anfangen, Herr Pornowitz? Ja, also jetzt vom Welterbe her. Welterbe ist nicht nur das Schöne und Herr. Also Welterbe-Gedanke ist genau auch solche Gedenkorte. Also Auschwitz ist auf der Welterbe-Liste, Hiroshima ist auf der Welterbe-Liste für Sklaven, die Ile de Gorée in Afrika ist auf der Welterbe-Liste, das Gefängnis, wo Mandela gefangen war, Rhode Island ist auf der Welterbe-Liste. Also das sind nicht nur, es sind auch Gedenkorte. Also das ist wichtig auch für den Denkmalschutz. Und wir kommen zurück zu dem Anfang. Also Kulturerbe ist nicht nur das Schöne und das Ästhetisch und das Positive, sondern eben vielleicht Alltagskultur, Industriekultur, aber eben auch Gedenkorte. Und natürlich müssen wir die erhalten. Und also teilweise Bunker sind ja auch geschützt. Also auch wo man sagt, oh, wieso ist das jetzt Erbe? Also das ist ja auch geschützt. Also ich würde das auch unbedingt unterstützen. Es fällt beides zusammen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und ich habe da, da würde ich mich jetzt auch auf die Zukunft durchaus ausrichten, so wie das momentan ist, keine Bedenken, dass das in Deutschland wirklich vergessen wird. Da gibt es keine Anzeichen für. Was wichtig ist, ist, dass man das intelligent zusammenbringt. Nur ein Beispiel, ein prominentes Weimar und Buchenwald etwa. Das sind beides Welterbe-Orte eben. Da gibt es ja enge Zusammenhänge und die Stiftung Klassik hat darauf reagiert. In einem Beispiel, als dann der Krieg gegen das Ende kam, wurden natürlich die klassischen Städten, auch das Goethe-Haus, Goethe-Bibliothek, wurden evakuiert. Die Kisten dafür haben die Häftlinge in Buchenwald gebaut. Und da sind die Bücher reingekommen und dann sind sie in Bergwerk gebracht worden. Und diese Kisten stellt man jetzt im Goethe-Haus durchaus aus. Man erzählt auch diese Geschichte. Die gehört eben auch dazu und da kann man, glaube ich, ziemlich viel aus lernen. Da kann man eben auch gerade jungen Leuten einiges klar machen, dass eben dieses Goethe-Erbe nicht etwas ganz Heeres, völlig Zeitloses ist, sondern es in der Zeit durchaus gewesen ist. Und das andere, eben Buchenwald, ist auch ein Ort, an den sehr viele Menschen gehen. Also ich glaube, das geht zusammen, das ist kein Gegensatz, sondern das ist etwas, was Deutschland eben, glaube ich, gegenüber allen anderen europäischen Staaten auszeichnet. Neil McGregor, der jetzt das Humboldt-Forum macht in Berlin und der die große Ausstellung über die deutsche Nation gemacht hat, der hat das sehr schön am Beispiel des Brandenburger Tors gezeigt, wo ja eine Siegesseite und eine Niederlagenseite zu sehen ist. Nehmen Sie den Arc de Triumph, nehmen Sie in London, Sie können überall auf der Welt gucken, das sind alles Triumph-Tore. Nur die Deutschen haben etwas, was die anderen nicht haben. Die haben nämlich das Gute und das Schlechte in ihrem zentralen Denkmal, wie etwa dem Brandenburger Tor drin. Das zeichnet uns, denke ich, aufgrund unserer besonderen Geschichte, eben gegenüber anderen durchaus aus, dass wir mit dieser Spannung, wie ich finde, momentan sehr produktiv umgehen auch. Und das sollte auf keinen Fall verloren gehen. Frau Kirchner, mit Kirchen sind ja traditionell Orte des Gedächtnisses, auch von Leid, gerade christliche Kirchen, das wissen wir alle. Gerade in Kirchen, würde ich sagen, ist noch etwas anderes. Auch in aktuellen, traurigen Situationen suchen Menschen in der Kirche Orte, um Kerzen anzuzünden oder so. Hier in Hamburg sind wir jetzt unweit des Turmes der Nikolai-Kirche. Also die kleine Kirche an der Berliner Mauer zu gedenken, dass dort diese eine Kirche abgerissen wurde. So gibt es ja gerade in der Kirche viele, Kirchen sind Orte des Gedächtnisses, auch des historischen Gedächtnisses, des Geschichten von Leid, von Zerstörung auch aufnimmt. Und das von Menschen, glaube ich, auch so gesehen wird. Denn auch wahrgenommenes Leid gehört sozusagen zur Würde eines Ortes und zur Würde der Menschen und ihrer Geschichte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, vielen Dank. Jetzt der Herr hinten, links. Ja, Sie, genau. Mein Name ist Schlankow. Ich finde Diskussionen sehr interessant und trotzdem würde ich Sie gerne bitten, noch mal einen Aspekt zu vertiefen, auf den eigentlich Herr Paulowicz schon angesprochen hat, aber auch Frau Kirschstein. Frau Kirschstein hat ja durchaus den Akzent gesetzt, dass kulturelles Erbe eben nicht nur Stein und Architektur ist. Sie haben alle ja darauf hingewiesen, dass das, was Stein und Architektur ist, letztendlich einer bestimmten Geisteshaltung, einer Mentalität entspricht, die über Jahre, über Jahrhunderte gewachsen ist. Und Frau Kirschstein erwähnte auch die jüdisch-christliche Tradition und bezog sich dann auf Menschlichkeit, auf Gerechtigkeit. Sie haben auch, ich glaube, es war auch Frau Kirschstein, darauf hingewiesen, dass wir uns im Moment ja durchaus in Europa weltpolitisch in einer sehr angespannten Situation befinden, die wirklich viele Menschen umtreibt. Und ich habe den Eindruck, dass das durchaus auch etwas mit Kultur und mit kulturellem Erbe zu tun hat. Und damit möchte ich wieder auf Herrn Paulowicz zurückkommen. Sie sagten, Deutschland und Kultur, kleines Fragezeichen. Ich denke, es gibt eine europäische Kultur, und zwar den Humanismus. Nehmen wir Thomas Morus, nehmen wir Erasmus von Rotterdam oder nehmen wir Kant zum Beispiel. Und ich würde sagen, wenn das Gedankengut dieser Menschen in den Köpfen eines Herrn Trump, eines Herrn Erdogan, eines Herrn Yildirim und vielen anderen Menschen, eines Herrn Putin verankert wäre, und nicht nur in den Köpfen dieser führenden Repräsentanten, die ja letztlich auch nur Symbole sind, sondern in der Breite der Gesellschaft würden wir heute vielleicht ein bisschen besser dastehen. Und ich denke, das ist genau das, was Frau Kirschstein sagte. Wir müssen uns vor allen Dingen unseres geistesgeschichtlichen, kulturellen Erbes bewusst sein. Das kann nicht verordnet werden, das muss gelebt werden. Und ich denke, diese Spannung zwischen in Stein gebaut, in Bildern dargestellt, bis hin zu dem, was sich in den Köpfen der Menschen bewegt und historisch bewegt, das ist ganz wichtig. Und wenn ich mal zurückdenke, Anfang der 90er gab es das Buch von Huntington, Clash of Civilizations. Da wird der durchaus ernstzunehmende Spannungsbogen zwischen einer westlich-humanistisch geprägten Kultur und einer islamischen Kultur auch dargestellt. Ich denke, bei dieser Diskussion sind wir heute auch in einem Feld, wo man auch gerade in Deutschland viele Themen nicht so wirklich diskutieren möchte. Ich bin FAZ-Leser, ich bin über 60, und ich finde es interessant, wie die FAZ innerhalb der letzten beiden Jahre durchaus auch dieses Thema etwas mehr akzentuiert. Dazu hätte ich gerne auch mal ein bisschen Ihre Meinung gehört. Ja, jetzt frage ich die Dame nebenan, hat sich auch noch gemeldet, war das zu dem Punkt oder ist es was anderes? Sie haben sich doch nicht gemeldet. Gut, ja, dann ist verbunden, dann sagen Sie es doch auch gleich noch, dann sammeln wir ein paar Stimmen und kommen dann dazu. Ich würde Ihnen da vollkommen zustimmen. Sie haben ja Kant genannt und andere Dinge genannt, die natürlich auch, ich sage mal, das Denken der Aufklärung im besten Sinne des Wortes, was ja auch dann etwa die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika entscheidend beeinflusst hat. Jetzt gibt es Probleme und man überlegt, geht das in die Richtung weiter oder nicht. zugespitzt von mir, Kant ist natürlich nicht mehr unter uns und seine Schriften kann man lesen, aber es braucht dann, glaube ich, und da bringt man das wieder mit zusammen, es braucht Institutionen, es braucht Orte, die sich diese Themen zu eigen machen, um sie zu diskutieren. Das kann eine Zeitung sein, das kann aber auch eine Institution sein, an der Diskussionen stattfinden. Das ist das, was ich eben meinte, dass diese kulturellen Werte nie irgendwie, also Aufklärung als zentraler kultureller Wert, den wir alle irgendwie ganz tief in uns haben oder die meisten zumindest, das ist nichts Selbstverständliches. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und gerade jetzt muss das wieder diskutiert werden. Und das kann man auch, indem man eben über Kant diskutiert etwa oder über andere Philosophen. Was ist daran aktuell? Ich glaube, diese Diskussionen müssen geführt werden, dafür muss es Orte geben. Und das können dann auch Gebäude sein, das können aber auch Institutionen sein. Und das verleiht diesen Institutionen, und das finde ich das Positive daran, eine hohe Aktualität. Sie sind nicht mehr so Vergangenheit, Geistesgeschichte, das hat ja auch ein bisschen was Antiquiertes, hat es momentan, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, überhaupt nicht. Diese Geistesgeschichte muss wieder neu aktiviert werden, quasi weil sie Gefahr läuft, eben marginalisiert zu werden. Auch das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Die hat was mit Erbe zu tun. Wir müssen unser Erbe momentan, glaube ich, aktiv in Europa oder weltweit eben auch, ich will nicht sagen, verteidigen, das ist so martialisch, aber selbstbewusst nach außen tragen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Frau Kirstein, noch mal dazu. Ja, meine kleine Zwischenbewerbung vorhin, dass Schule und Bildung sozusagen auch Kultur ist. Natürlich sehe ich in der staatlichen Organisation, dass die Unterschiede, aber da, glaube ich, ist es total wichtig und ich verstehe überhaupt nicht, warum wir so wenig ausgeben für Bildungspolitik. Also ich glaube, es ist eminent wichtig. Und es, also die Schulen müssten so viel Geld haben, dass sie mit den Museen besser zusammenarbeiten könnten, dass diese wahnsinnig gute Museumspädagogik ja zum Teil genutzt werden kann von den Schulen. Im Kirchenbereich gibt es das zum Teil. Da haben wir sehr, sehr feine Sachen. Gerade in der Kirche der Stille jetzt haben wir eigentlich jeden Tag mindestens zwei Schulklassen und zwar gemischt christlich-muslimische Klassen auch. Es gibt da große Dialogbereitschaft. Meine Tochter ist in einer Klasse, in der über 50 Prozent Migrantenkinder und zwar ganz normal zusammenleben und eine völlig andere Kultur miteinander entwickeln. Alles gut Deutsch sprechende. Jetzt sind gerade zwei dazugekommen, die aus diesen Auffangklassen sozusagen dazugekommen sind. Die werden jetzt von diesen 25 Kindern total interessiert, integriert. Ich kriege also Geschichten, wie der Mathematikunterricht in Afghanistan gelaufen ist und dass die ja viel besser Mathe kann, aber dafür nicht so gut Deutsch und mit der Deutschen. Und wie das dann ist mit der Religion und das wird zwischen diesen Kindern diskutiert. Und so kommen die ja auch bei uns in den Konfirmandenunterricht. Das heißt, da sind jetzt plötzlich ganz andere Felder auch von Basiskultur gefragt. Und wo ist eigentlich die Bildungspolitik und wo knüpft das an an diese total tollen museumspädagogischen Geschichten, mit der wir jetzt diese Kinder integrieren und ihnen unsere geistigen Werte weiter vermitteln? Denn die Kirche alleine kann es jetzt nun auch nicht tun. Aber natürlich muss auch die Kirche sich bemühen, nochmal anders und wieder mit neuen Sachen. Also wenn ich im Moment Konfirmandenunterricht mache, dann kann ich eigentlich immer gleich für die Eltern noch eine Gruppe anbieten, weil die in den Elternabend so interessiert sind eigentlich an dem, was an Tradition und Werten da ist. Also eigentlich bringen sie ihre Kinder hin, weil sie selber merken, uns fehlt da eigentlich was, uns ist was verloren gegangen an Wertegrundierung. Also jenseits der hochfinanzierten Kultur da. Was machen wir an der Basis? Was machen wir mit der Bildung? Wie entwickeln wir diese Gesellschaft, die sich so stark verändert? Da wären so meine Fragen. Auch in Ihre Richtung. Wie nehmen wir das auf? Also ich finde nur ein Aspekt noch, der mir dazu einfallen würde, ist, dass wir noch mitten in einer Revolution der Kommunikation leben mit Facebook und wie Twitter und wie Kurzinformationen vermittelt werden und die Aufnahmespanne sich der nächsten Generationen auch komplett ändert und die sich eben die Realität ganz anders wahrnehmen und dass wir da noch ganz viel dazu arbeiten müssen, wie wir dann in dieser neuen digitalen Welt Informationen vermitteln. Und ich glaube, da stehen wir auch erst am Anfang. Also das wird noch ein ganz langer Weg, dass dann wieder unsere klassischen humanistischen Werte auch wieder so vermittelt werden können, dass sie von den Generationen dann auch aufgenommen werden. Ja, es ist gleich halb neun. Ich denke, die restlichen Gespräche können wir gerne bei einem Glas Wein, Bier, Wasser noch führen. Das war eine sehr nachdenkliche. Ich denke, das hat auch Diskussionen. Ich denke, das hat auch was mit den politischen Ereignissen der letzten Wochen zu tun. Sehr interessant. Was ist unser kulturelles Erbe wert? Und ich freue mich auf die nächste Woche. Da haben wir eine mindestens genauso spannende Debatte. Das heißt, zugespitzt, warum ist uns die Zukunft so egal? Und einer der Teilnehmer, und ich verrate jetzt nicht, wer, ich mache das jetzt mal so, wie das im Internet immer ist, sagt, die Zukunft ist uns gar nicht egal. Wir haben uns noch nie so viel um die Zukunft gekümmert. Und Sie müssen jetzt nächsten Montag kommen, um herauszufinden, wer das gesagt hat. Also ich danke Ihnen für Ihr Kommen heute. Ich weiß das sehr zu schätzen bei dem scheußlichen Wetter und wünsche Ihnen einen möglichst regensturmfreien Nachhauseweg. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.